Oh hier, das macht schon mehr Sinn. So, gut, wird das abgegrast. Wo ist der Schlüssel? Gott sei Dank hat man hier wenigstens eine Minimap. Das ist günstig, da kann ich gleich mal nachladen. Manchmal stellen die sich aber auch an, als ob man das hört wenn die Tür aufgeht. Da ist wieder die besagte Tür. Wo wir ohne Schlüssel nicht durchkommen. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Das war eher schlecht gewesen. Ach, wieder so ein Schnitzelraum. Oh, zwei gleich. Ah, da ist der Schlüssel. Und Schnitze. Und Schnitze. So, hier war ich dran, oder? Was wird es hier noch hingehen? Ist das noch ein Raum? Mit Katowel. Cool. Und da geht's auch nochmal in den Raum, oder was? Oh, oh. Wo war der wieder? Nichts. Ja, was zu essen. So, der Raum ist hier unten. Ist da oben noch was? Ist hier noch was? Finden wir es raus. Sollte ja schnell gehen. Da daa daa daa. Da daa daaa. Ja, daa daaaa. Ich hoffe, dass die Aufnahmen jetzt auch durchgängig flüssig laufen, weil bei der letzten Aufnahme hatte ich irgendwie das Problem, bei der einen, also für Dying Light, dass es total geleckt hat, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich ist dann meine CPU doch mittlerweile zu alt. Da ist noch ein Abschnitt. Da geht es raus, glaube ich. Hier war ich durch, da. Ich denke mal, ich habe alles, oder? Das werden wir gleich sehen. Das war die besagte Tür, wo ich immer durch wollte. Stehen die hier mittendrin? Und warum? Hä? Wo kommen die her? So, von hier bin ich gestartet. Dann gehen wir nochmal hier durch die Tür. Ah, ja. Ah, toll. Toll. Da habe ich die ganzen Leute umgelänzt. wo ging es jetzt raus hier rechts dann hier hier durch hier nicht durch ist die tür hier offen hier hier so jetzt geht es wieder weiter gegen die untoten aber erst mal habe ich das gold natürlich da drüben nicht vergessen komme ich darüber ach das leiter und versteckt aber ich finde alles was goldig ist das leben noch deutsche warum kann ich meine ach so ich habe noch keine zweite luga kann man sich hier und was da ist ein ausrufezeichen aufrufezeichen schießt doch erst mal auf die zombies anstatt auf mich ist doch nicht zu fassen und um hat er gemacht lebt noch es wird und oben schließen lappe der schilder und granate ja hier schwanz so als ob die nur granaten werfen können 8 zu 8 super die verwandeln sich verarschen ja dort drüben er nicht schon wieder halt immer bei dir junge ich sehe gerade das problem die mutieren einfach wieder flexium und sie mutiert und tage ich hätte gern ja immer diese schönen schrotpatronen ich habe eine schrotflinte mit zehn schuss warum sollte ich gottes willen noch mal eine schrotflinte mit zwei schuss nehmen manchmal verstehe ich nicht nur manchmal aber wir sind nicht alle mutiert kann das sein und hier scheinbar nur ein paar vielleicht wie virus viel interessanter ist was hier bei denen so ein wärmebad rumliegt waffen munition helme ausrüstungsgegenstände schleppe ich auch immer alles mit in die sauna ach das habe ich meine zweite luga versagt kern seife da liegt noch eine waffe mich aufheben kann was ja schon wieder denn das schockhammer clip heißt mehr munition plus sechs munition das heißt das magazin ist noch schneller leer getrommelt super hier war nichts mehr sportlich und hinter mir steht bestimmt einer das ist das mädelmann ruhe das ist das mädelmann ruhe das ist der bier Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. She made me sneak in there, so we could look where the bad house goes. The heating was off because of the bombs. And there was ice in the pool. We danced to grandma from records in her Obermau's office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. Jake, go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well as the monsters rip my insides out. Yeah, yeah, yeah. Fertig mit Creepen? No. And you will help me. I know you will, Mr. BJ. Ja, wenn ich dich da hochhebe, würde ich gleich einen Zombie schnappen und den Kopf abreißen. Listen, I can come with you. No silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. 2, 2, 1 tot, oder? Was? Oh nein, das hat... Kessler? Lass den Jungen in Ruhe. Ich komme wieder zu spät, ne? Ah, toll. Ganz toll. War ja klar. Bleib mal liegen, Junge. Ich bin so sorry, Kessler. Ich sollte nicht diesen Weg enden. Warum sterben wir alle in den Handlungsstrang bei Wolfenstein, die... ...Lasske wird zu helfen? Ich verstehe es nicht. Naja... Ich war ein Kind. Wir hatten ein Monster in unserem Basement. Mein Vater sagte, wenn ich falsch gemacht habe, hätte er in der Nacht schnappen und kam für mich. Ich wollte gar nicht runter. Ich versuchte, nichts falsch zu machen. Aber das Monster kam alles gleich. Deswegen hat Blaske wird es auch immer keine Freunde. Weil alle sterben in seinem Umfeld. Oh ja, jetzt geht es hier los. Dann steigt er hier in den mächtigen Mech, oder was? Er hat sein Rohr liegen lassen. Ich wollte gerade sagen. Das kann man auch hochklettern. Na, nun geht es ja los. Ach, das ist ein Laderoboter. Oh, ungünstig. Kann man ihn irgendwie töten? Hallo? Kriege ich den irgendwie ab? Nö, der tötet mich jetzt, oder wie? Hallo? Aha. Gut, dass man übelst nah dran stehen muss, um die Viecher wegzumachen. Was sagen, ist das nicht blutig? So, das war schon, wa? Und nun? Und nun? Kommen wir hier nicht lang, ne? Ich weiß, ich muss jetzt aussteigen, um die das Ding runterzulassen. Hm. Also lass mich doch aussteigen. Lass mich doch aussteigen. Lass mich doch aussteigen. Achso, warte mal. Geht das? Ich hab das Gefühl, es geht nicht. Oh. Ne. Packt doch das Seil durch. Ich dreh gleich durch. Geht nicht. Liegt doch ein Haufen Scheiß rum, kann ich den nicht einsammeln? Ich versteh grad so wirklich nicht. Ach, guck mal an. Ja, toll. So hätte ich den noch vorhin runterschießen können. Tolle Wurst. Ne. Muss man ja auch mal wissen, ne? Klopp, klopp. Soll ich dir helfen, Junge? Ah, der macht das schon. Mal gucken, wie er sich schlägt. Junge, der neben dir. Ach, der schleicht vorbei, oder was? Ist ja cool. Ne, mich holst du nicht. Mach das mal, dann muss ich das nicht machen. Dauert mir schon fast ein bisschen zu lange. Aber er macht sich ganz gut. Und der war schlau, als er eine Gasmaske aufgesetzt. Aber Granaten werfen kann er nicht wirklich. Und, naja, jetzt... Ist die KI auch gerade am Ende, glaube ich. Guck mal, wie sie hier vorbeischleichen. Geil, ne? Geil, ne? Sie wirft denn der Granaten? Ist da nicht zu fassen. Kann doch nicht werden. Dann, ganz langsam. Du, du, bin, ne? Ja, ich auch nicht. Die höchst 1. Ich hab mich nicht. Du, 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 du... Vielen Dank.